Die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat viele Herzen erobert. Kürzlich sorgte das Paar erneut für Schlagzeilen, als intime Fotos von ihnen auftauchten, die von Paparazzi aufgenommen wurden. Diese Bilder zeigten die tiefe Zuneigung zwischen den beiden und enthüllten eine überraschend Wendung in ihrer Beziehung. Florian und Beatrice haben sich seit Monaten immer wieder zusammengezeigt, sei es bei öffentlichen Auftritten, gemeinsamen Projekten oder bei privaten Ausflügen. Ihre Chemie war für alle offensichtlich, und ihre Fans spekulierten schon lange über eine mögliche romantische Beziehung. Sie sind das perfekte Paar, sagte ein Firma begeistert. Doch die beiden hielten ihre Beziehung stets privat und vermieden es, öffentlich über ihre Gefühle zu sprechen. Eines Tages, als Florian und Beatrice einen entspannten Nachmittag in einem Park in München verbrachten, wurden sie von Paparazzi verfolgt. Die Fotos, die dabei entstanden, zeigten die beiden in innigen Momenten, ein Spaziergang Hand in Hand, ein liebevoller Blick, ein zärtlicher Kuss unter einem Baum. Diese Bilder verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und sorgten für großes Aufsehen. Die Reaktionen der Fans waren überwältigend. Endlich! Wir haben so lange darauf gewartet, schrieb ein Firma auf Instagram. Ein anderer fügte hinzu, Florian und Beatrice sind einfach zauberhaft zusammen. Die Unterstützung und Begeisterung für das Paar waren groß, und die Bilder wurden tausendfach geteilt und kommentiert. Ihre Liebe ist so ehlhalber und wunderschön, bemerkte ein weiterer Fan. Nach der Veröffentlichung der Fotos sahen sich Florian und Beatrice gezwungen, öffentlich Stellung zu beziehen. In einem exklusiven Interview mit einer bekannten Zeitschrift sprachen sie über ihre Beziehung und die Gefühle füreinander. Ja, es stimmt. Beatrice und ich sind ein Paar, begann Florian. Wir haben uns entschieden, unsere Beziehung privat zu halten, weil wir die kostbaren Momente für uns genießen wollten. Beatrice fügte hinzu, die letzten Monate waren wundervoll. Florian ist nicht nur mein Kollege, sondern auch mein bester Freund und die Liebe meines Lebens. Ihre Worte rührten viele ihrer Fans, die sich über die Ehrlichkeit und Offenheit des Paares freuten. Doch die größte Überraschung kam am Ende des Interviews. Florian und Beatrice hatten eine besondere Nachricht für ihre Fans. Wir haben uns verlobt, verkündete Florian strahlend. Wir möchten den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Beatrice zeigte stolz ihren Verlobungsring und sagte, es war ein magischer Moment. Florian hat mich während eines romantischen Wochenendes in den Alpen gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Natürlich habe ich ja gesagt. Das Paar teilte auch einige ihrer Zukunftspläne mit. Wir freuen uns darauf, unsere Hochzeit zu planen und unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten, sagte Beatrice. Es gibt noch so viele Abenteuer, die wir gemeinsam erleben möchten. Florian ergänzte, unsere Liebe ist stark und wir sind bereit für alles, was die Zukunft bringt. Wir sind ein Team und nichts kann uns trennen. Die Nachricht von der Verlobung verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Viele Fans und Prominente gratulierten dem Paar und drückten ihre Freude aus. Florian und Beatrice sind ein Traumpaar. Ich wünsche ihnen alles Glück der Welt, schrieb ein bekannter Musiker. Ihre Geschichte ist so inspirierend und zeigt, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli hat wieder einmal gezeigt, wie stark und tief ihre Beziehung ist. Die überraschend Enthüllung ihrer Verlobung und die intimen Fotos haben ihre Fans begeistert und die Öffentlichkeit in ihren Bann gezogen. Florian und Beatrice haben bewiesen, dass ihre Liebe unerschütterlich ist und dass sie bereit sind, gemeinsam in eine glückliche Zukunft zu starten. Die Fans können sich darauf freuen, die inspirierende Liebesgeschichte des Paares weiter zu verfolgen und mehr über die besonderen Momente zu erfahren, die ihre Beziehung so einzigartig machen. Mit ihrer Offenheit und ihrem Mut, ihre Liebe öffentlich zu machen, haben Florian und Beatrice erneut gezeigt, dass wahre Liebe jede Prüfung bestehen kann.